Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Patrick Gerber von der Villa GAS AG und ich möchte euch heute die 4,5 Zimmer Wohnung in Spiez vorstellen. Wenn ihr eine Wohnung in einem ruhigen Quartier sucht, in der eure Kinder draussen spielen können, die ihr schnell am See seid und ihr mit dem ÖV gut alles erreichen könnt, dann könnte das genau die richtige Liegenschaft sein für euch. Die 4,5 Zimmer Wohnung in Spiez im Bürgquartier ist ein wenig abseits der Hauptstrasse. Das hat den Vorteil, dass ihr mehr Ruhe habt für die schöne Aussicht zu geniessen und vor allem, dass eure Kinder einen sicheren Schulweg haben. Wenn ihr mehr über dieses Objekt wissen wollt, dann klickt ihr die Beschreibung auf den Link. Dort gelangt ihr direkt zur Dokumentation. Für mehr Lebensqualität Villa GAS AG, den vermarktet ihr aus der Region. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020